Hallöchen, ich hoffe ja mal bei euch ist alles klar soweit. Bei mir ist alles in bester Ordnung. Mir ist gerade vorhin aufgefallen, dass gestern war Jahrestag. Gestern vor einem Jahr hieß es zu mir, Herr Reitemeier, es tut uns sehr sehr leid. Sie haben keine Lungenentzündung, ihr wisst nicht was es ist, es ist riesig, die haben Krebs. Das war nur mal so eine kleine Zwischenmeldung, ich feiere jetzt noch Jahrestag. Ich hoffe bei euch ist alles klar, schönen Feiertag morgen. Bis dahin, nächste Woche kommen wieder richtige Videos. Tschüss.